Wenn ich mich verlaue, ist eigentlich eh Wurstig, du musst nur den Helis sichern, du. Wenn ich mich verlaue, kann ich auch schon. Oder ist gerade drauf, was da und bewegt sich. Geht schon. Oskar, ich fahre mit, fahre raus, warte, dann fahre ich mit. Oskar, Peter, du bleibst da. Soll ich hierbleiben, oder was? Du kannst mich verlaufen, wenn du willst. Ja, klar. Okay. Ich hoffe, dass das geht. Voll aufwendig, der Glitz, Alter. Okay, jetzt müssen wir eine Runde fahren, wenn du nicht gekommen bist. Ne, lass wieder vorne raussteigen, lass wieder vorne raussteigen, das ist einfach. Steck mal aus, Jungs. Wir türen einfach hier rum, warte, wir fahren wieder zurück. Warte, wir sehen, dass wir fahren wieder zurückkommen. Check mir einen. Wir fahren wieder zurück. 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 Wir fahren jetzt wieder zurück. Und dann können wir den ruhig einfach schnappen. Und wir gehen jetzt gleich daheim. Und die Motorräder. Hä? Nein. Kommt der Helikopter nicht, oder was? Nein, da sollte er nicht landen. Ich hab das Video auch schon mal, ich hab zu gestern gesehen, sondern nicht. Nein, ich hab nicht angeschaut. Versuchen wir mal ein Heli, bestellen wir mal, ob es funktioniert. Versuchen wir mal, Junge. Der sagt hinwärts von der Runde fahren, und da sollte er eigentlich landen. Nein, ich kann ja nicht mal Pegasus sagen. Ich hab ein anderes WD, warte mal. Die Runde. Ja, Junge. Ach so. Okay, Entschuldigung, kein Fehler. Irgendwann natürlich, ich muss beim Hafen zuerst mal einkommen. Kann passieren. Kann passieren. Okay. 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 Ich mach das jetzt nur so, damit er es genau sehen könnte, wenn er es genau sehen könnte. Das hat er vorher nicht. Hm. Naja. Irgendwie war da gerade ein Schatten von dem Heli. Aber nicht der Heli selber. Muss ich es nicht verstehen, oder? Nein. Ich fahr die Runde, oder? Ja. Ich fahr die Runde, oder? Ja. So. So. Ja. Willst du das auch gemacht, das hol ich mir mal was zu trinken? Jo. Ich hab noch nicht funktioniert, ne? Uuuuh, ne Kauts! Er macht mal hin hier, ich hab gern auch mal so lange zu sagen. Schon 3 Uhr, man. Und dann könnt ihr den ruhig einfach schnappen und bieten ihn jetzt gleich daheim. Und ich gucke, ob ihr da stehen. Auf der Straße, ihr müsst schon über die Brüder dafür holen. Wartner Checks. Ihr könnt euch am besten auch einabkommen. Das hauen, also macht das mit dem Auto, packt das da. Und dann, wo den Kopf ist ja besser, als wenn ihr das jetzt hier einabkommen, also die Zeitverschmittlung. Ich mach das jetzt nur so, damit ihr es genau geht. Was ist das? Putz! Muhhh. Wollt ihr noch mal beginnen? Wo wir sich drüben als Hölzmer begehen, wo kommen sie da wieder raus? Irgendwann sollten wir dann zu Hause rauskommen, oder? Ja, meistens. Er landet, er landet, er landet. Er landet, er landet, er landet. Du schaust jetzt zu dir, oder wie? Ja, beim Feuer, nein, es bleibt dort nur Satz, aber... Ich muss ihn kurz zu mir nach Hause, dann in die Garage kurz reingehen, fahr bitte einer zu meiner Garage, das gibt es da, dass er nicht verschwindet, wenn ich in die Garage gehe. Weil das ja abgefiefert ist, zuerst, und da kann ich ihn gut hinstellen. Ich mach das jetzt nur so, damit ihr es genau sehen könnt, damit ihr genau meine Perspektive verfolgen könnt. Aber wenn ihr das gerade vorhin kommt, dann parkt ihr das genau selben, praktisch wie mit dem Auto, parkt kurz, parkt kurz vor eurer Garage und... Ich finde, sie sind wie Patroniker den Felgen irgendwie, ne? Ich könnte Platz gebrauchen, ne? Ich könnte Platz gebrauchen, ne? Ich könnte Platz gebrauchen. Das ist ja nett. Jetzt sollen wir einfach hier stehen bleiben, oder was? Du warst einfach mal drauf, dass er nicht verschwindet. Warte mal kurz, warte mal kurz, warte mal. Die Jungs steig mal kurz um, ich nehme das Auto. Und, äh, geh dann einmal kurz rein. Hast du den Blick? Ja. Hier, hier rein. Ich steig mal kurz. Ich steig mal kurz an den Koruma. Ich steig mal kurz. Das war ich nicht. Steh da noch? Ja. Steigt rein in den Koruma. Sehr schön. So. Na, aber warum würde der jetzt wieder reinsteigen? Und jetzt? Muss ich den Helikopter dahin, wo wir dann re... Wo wir dann die Motorräder sind. Wo sich die Motorräder... Jochen, dann holst du dich ab. Ja, gut. Du bist so aufwendiger Beste, aber es lohnt sich. Wenn man sich das erste Mal macht, ist es schwer. Ja, ich kenn mich momentan nicht aus. Mir fällt nicht der Plan momentan. Ich bin nicht so, Arby. Mach nichts. Nicht nur die, erst den kenn ich auch nicht. Ich muss den jetzt erst einmal machen, aber ich habe erst... Ich kann es sein, von mir, nach dem alten Stuhl. Bist du da, Peter? Ja, gleich. Ich glaube, die ist auch nicht weiter. Ja, ich bin da. Ja. De-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de. Ja, hier war das hier. Klar, ja. Ne, das ist bitte. Muss man. Warte mal, dass es. seine eingepennt von da oben rennt dann rennt du dadurch genau da waren sie und was ist da Du willst landen, oder wie? Du musst landen. Fuck, Alter. Ich würde gerne schauen, bitte. Die macht mir aber doch Angst. Was ist? Ich würde gerne machen, die macht mir Angst. Die Lampe wirken mir. Die hier? Ja. Alter. Peace, du Tepper, du musst landen. Danke. Ja, viel Spaß. Wie die hier runter ist. Kannst du den nicht... Kann ich den jetzt auch wiegen? Du solltest dich nicht bewegen. Jetzt kannst du da hinfahren. Der Heli bleibt da jetzt steig, oder wie? Ja. Auf das bin ich gespannt. Ich sollte dir gar nicht nehmen. Dann... Du annehmen, bitte. Jetzt dann... Jetzt sind wir den Punkt dran, oder was? Jetzt halten sie drauf, da seht ihr. Das, was ich gesagt habe. Mit der Falle ich dann durch die Gasse und dann zum Hegel. Dann zerstöre ich dann die Räder und dann... ...werfen wir es in den selben Glas. Weil, wir sind einfach besser. Und das ist nicht in der Schuhe, das ist ehrlich. Jetzt machen wir es so, wie der Banküberfall gehört, okay? Wenn du festst, ich mit den Raketen nach auf die Bank... ...also nach dem Tisch... ...dann soll... Thomas drinnen ein bisschen rumschießen, aber kann ihn bitte töten. Braucht er nicht. Hm? Na, wenn ich dann nur Raketen mehr verschieße, dann braucht er nicht zu rum. Ich kann doch raus, okay? Wartung, habt ihr eh, oder? Ja. Gut. Ja. Spreimeister. Die Tür öffnet auch. Ja. Ich bin schon unterwegs. Jo. Was? Danke. Ungewohnt. Bis jetzt war ein netter Sch... Ich hab nur einmal das gewusst und der war ein anderer. Äh, Thomas. Ja. Hast du einen Raketenwerfer? Ja. Dann nimm mal den Raketenwerfer in die Hand. Ja. Äh, muss ihn ausdrucken, oder geht das an Tomatis? Da musst du auch raus. Dann geh ich selber hier hin. Mach einfach gar nichts, selber springen bleiben. Auf den Tisch springen. Ne, ich springe auf den Tisch. Ne, 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 hier, hier, geh hier, ja, da bleib du da. Ach, den musst du da nachdenken. Und? Na, passt doch. Jetzt sollen wir einfach stehen. Ja, ich bin, 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 ich bin. Scheiße, da kommen jetzt so ein Rode. Ja, lined, line, line, line. Schau. Da war ich? Nein, warte, die brauche ich noch kurz. Das bleibt klingert. Dann ist die auf den Schädenkopf. Mach es kurz. Mhm, mhm. dann kannst du um einen Unterstützung gehen Gott, ich glaub da kommen Leute rüber oder? und dann schießt die rüber weg, gell? ja, fast so, guck mal Alter, da ist noch einer um nein, das war offen nicht töten, dummen, bitte ja klar, die wollen töten ja, die soll aber den Rest nicht, bitte nein den musst du noch auch machen bin schon unterwegs mit dem Rest kannst du dann brauche ich dir nimmer, weil ich sag da nicht ganz nimmer warte, ich glaub da drin ist auch einer nein, da drin ist auch einer nein, da drin ist keiner mehr, das sieht man ich glaub oberkommt, 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 oberkommt jetzt nimmer, glaube ich das ist Geschichte fast zu fast so fast so rauf, gell da brauch ich nix nicht, da tue naja, okay, ich muss jetzt das ganze gut einstellen ok ja, ja ich muss noch mal nur fest geht schon gegen das hat noch einer getroffen gehört, dass hier dein aufregelnd funktioniert sehr geil, wir sind drin Claudius am Spam, wir packen das ganze Geld in seine Tasche so geht auch so geht auch so geht auch so 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 und jetzt fahren ja und dann mit dem autofahren ist das ist ja damals aus die diese draußen jetzt ist er redner wieder ich hoffe du kriegst mir sagen bitte doch wohl na egal du verlierst doch ein geld bist du durch ja ja gut jetzt muss ich dann die motorräder schnell zerstören und dich selber auch und dann neu starten alle neue start also alle jahr zwei städten und das wird ja so ist ja immer da fand man normalerweise tut man bei dem opel da ja und dann nicht mehr die mobil zu stellen und alle mit dem hebeweg sehr stark peter sehr stark das ist ein polizist einer kommen Ich glaub, der hat uns sagen sollen, dass unser Kollege gestorben ist, betragliche Mitteilung. Ja, aber zuerst die Räder zerstören, sonst bekomme ich die B2-Uerschreitung. Ich schau, wie mein Helio da ist, okay? Helio ist da, Leute, Helio ist da. Mach die Motorräder kaputt, oder? Er sprengt ab, er sprengt ab, okay. Er sprengt ab, alles klar. Alles klar, er hat nicht diese Panzerung an, dieses Auffett. Er sprengt ab, wenn man weiß gar nicht. Okay, okay. Aber wir machen es uns nochmal sicher. Und steigen, meine Jungs. Wie die Jungs? Warte, 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 warte. Jetzt, jetzt, alle rein, alle rein, alle rein, alle rein. Ich bin drin. Wieso steckt das? Ja, das ist das. Ja, das ist das. Auf die andere Seite, auf die andere Seite. Schnell einsteigen, muss man, muss man, wie auch noch folgen kann. Nein, nein, nein. So. Dauerbar, ja. Ich muss mir den Glitch auch mal reinziehen, dann kann ich das auch machen. Das Finale ja gleich wieder neu starten. Hoffentlich, hoffentlich. Manchmal ist es wirklich so, manchmal ist es wirklich so, da ist das Finale denn nicht mehr da. Dann müsst ihr nochmal die Vorbereitungsmission machen. Okay, Jungs. Wir müssen uns über den Brot anstehen, okay? Oder wir landen einfach daneben, und laufen dann hier ins Brot an, okay? Ich lande da einfach. Ja. Amn. Amn. Wie in den Felgen ist dann geifiziert? advancement. Amn. 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 Da musst du eigentlich gar nicht landen, aber egal. Ja, wir haben den Dead verloren. Nein, die sind gar nicht schlimm. Die bekommt auch eh 50-50. Die bekommt leider 7000 weniger. Macht doch nix. Wann da einer drüber fliegen oder was? Nein, siehst du. Die sind doch nicht zum Punkt geflogen. Ja, aber der Gelb kommt immer noch her. Der ist ja weg. Der Heli ist ja schon raus, ey. Ja, wirklich. Ich glaube, das ist der letzte Schritt mal los. Ja. Ich hoffe, der Heli hält noch durch, Junge. Er soll jetzt noch gar nicht die Stelle rausnehmen. Ja, ich weiß nicht. Ja, ich weiß nicht. Oh, ich weiß nicht. Oh, ich weiß nicht. Nee, ich weiß nicht ... Stande, stande, stande. Schreib Lobgab... ...Promas. Passt schon. Also sind eh schon weg. Okay, jetzt sind es 25.000 weniger. Braucht nix. Okay, los. Kriegen alle immer noch über eine Million an, von daher. Ja. Jetzt müssen wir es genau sagen, wenn wir unter der Probe durchfahren. Wo bin ich überhaupt? Gehst du Dachboden? So, passt. Das willst du rausgehen, also ist ein Dachboden. Moment. Direkt ans Meer steht da gestanden. Schau mir, wenn du unter der Probe durchfahrt. Ich sag jetzt, ja? Ja. Geradeaus. Jetzt 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 jetzt. Ich bin draußen. Sauber, sauber hat geklappt. Bist du sicher? Sofort weiter. Ja, weil... Es klappt dann. Es klappt dann. Wir fliegen jetzt gleich auch raus. Ja. Wir fliegen jetzt mal. Prost! Sauber, Jungs. Sauber, Christian, das muss beschaffen aus dem Helicopa. Super, Biber. Huuuuch... Bei der Soman hab ich schon gut Hehehehehe Was? Der Treiber gefreut sich viel Der Leister meine Jo, vielleicht Es sind ja nicht nur 3 Leute am guten oder? Dann vielleicht Ich brauch jetzt noch einen im Deutsch Dann geh ich das nächste Mal auf Dann gehen nur 3 Leute bei Leister Äh... Kann ich grad nicht sehen, warte Ich will nur den Fettdack Ja, ich glaub schon Ja, ja, ich glaub schon Sauber, wirklich Ist okay, ich weiß nicht wie du das auch Ja, sind wir 3 Schwerbe hier wieder starten kann auch nicht Zwei 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 Okay, okay, we got it. Ja, man. Ausgezahlt, passt. Tschüss. Wie viel habt ihr gehört? Warte. 2,4. 1,23. Fürs erste Mal 1,33. Ja, 30. Na, und? Und so hast du heute. Danke. 1,43. Und 60. Danke. Bitte, bitte. Danke. Nächsten Überfall kriege ich dann 100%, ne? Ja, gib's ja. Nein, nein, Spaß. Ich hab kein Problem damit. Ach, ich brauch keinen Geld. Wie gesagt, ich brauch keinen Geld. Ich hab alles. Ich brauch nicht. Eh nicht. Das Einzige, wo ich mein Geld rein investiere, ist Snacks, Panzerung und Munition. Oh. Das hab ich auch noch nie gesehen. Dann schlußt du. Hauptsache, das ist irgendeine Bitch. Ja, ich könnte direkt. Das ist irgendeine Bitch anstatt du, Alter. Ja, da stand eine vierte Person, aber das warst du gar nicht. Das ist irgendeine Bitch. Jungs, alles perfekt funktioniert. Ich könnte jetzt wieder starten direkt. Okay, nein. Ja. Gut, Jungs. So, gute Nacht. Ich muss leider. Genau. Ich auch leider. Ja, es war auch noch eine gewisse Waffe, ja. Ich muss auch. Gute Nacht. Dankeschön für's mit dem Spielen los. Ja, danke. Gute Nacht. Tschüss euch. Gute Nacht.